Willkommen zurück zu minecraft und ja ich habe jetzt mal wie ihr schon oben recht seht die Mini Map reingemacht so wo war das jetzt hier wenn ihr euch erinnert ich habe mich hochge... ach das will ich aber weg von mir... habe mich hochgebaut weil ich unser Haus nicht gefunden habe jetzt habe ich die Mini Map und kann... Moment, vielleicht mal gucken... von mir aus sieht man es nicht ich habe auch nicht wirklich einen Plan... ich glaube ich gehe mal in die Richtung dahinten ich will jetzt einfach nach Hause da an einen Waypoint setzen und dann können wir von mir aus auch die ganze Zeit hier rumlaufen... weil ich zu Hause dann immer wieder finden werde... Aua... So... und ähm... Unser erstes Real Life Video... äh... ich spoiler jetzt mal... hat was mit Minecraft zu tun... Ich glaube ich habe das schon mal irgendwann gesagt aber... egal... Es ist halb in Minecraft und halb im Real Life... Ja... Mehr würde ich jetzt eigentlich nicht sagen... Aber es wird nicht bei mir geuploadet sondern auf einen... Kanal der mir und meinen Kumpel gehört... vorher gehört es nur ihm... und jetzt uns beiden... Und joa... Ich werde das dann schon so ankündigen... Ich glaube das Video wird gut... ich weiß es aber nicht... Ich muss irgendwas essen... Hallo... So... So... Ich weiß echt nicht wie ich nach Hause komme... Oh shit... Irgendwie... Dann müssen wir... Nach hause... So... Im Notfall kann ich sterben aber... Hm... Obwohl... Könnte ich eigentlich machen... Ich suche jetzt noch ein paar Minuten... Weil im Notfall gar nicht sterben, ein Deathpoint wird angezeigt und dann weiß ich, wo ich gestorben bin. Ja, dann finde ich auch zurück. Ich sprinte jetzt nicht mehr, also ich habe jetzt vor, ein Haus, also das Haus zu Ende zu bauen und dann mal noch ein bisschen in der Höhle rumlungern. Da werde ich auch mal länger aufnehmen. Weißt du irgendwas? Hallo? Ha. Nein, ich spore noch gar nicht zu Hause. Ich habe doch ein Bett. Oh shit. Da muss ich zu Hause das Haus so finden. Nein. Geh ich mal hier lang. Ich habe seit einer Woche das nicht mehr aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich langgegangen bin. Ich habe echt im Moment keine Part mehr. Ich hatte vom Together 40 Parts auf Lager und so lange hatten wir nicht aufgenommen. Jetzt habe ich alle 40 aufgenommen und... Also heute wird Aufnahmetag. Heute am Sonntag, dem 27.05.2012. Was wird zuerst morgen alles hochgeladen? Wüste. Bin ich durch eine Wüste gelaufen? Bin ich oder bin ich nicht? Bin ich. Bin ich für eine Wüste gelaufen? Ich mache meine Wüste. Ich habe mich mit mir geholfen. Mirved habe ich euch. Vielen Dank. Zombie. Ach, ist jetzt auch egal. Ich möchte irgendwie nach Hause. Ich gehe jetzt einfach weiter in die Richtung. Wenn ich es nicht wiederfinde, habe ich Pech. Dann gucke ich halt in irgendeinem Part, ob ich da F3 drücke oder... Oder, oder, oder... Ich habe das Gefühl, ich laufe in eine falsche Richtung. Dschungel. 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 Das hier sieht aber geil aus. Ich weiß jetzt was ich mache. Eben das Holz so. Das vom Schnee will ich nicht benutzen. Da das Haus am Fluss war muss ich es ja wieder finden. Hoffentlich ist es auch der Fluss und die richtige Richtung. Ach nö. Genau und hier ist schon etwas. Komm schon. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Jetzt kommt schon man. Oh ich will dann nach Hause. Ich will 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 nach Hause.